Heute möchte ich euch sagen, wie mein Zahn raushaut. Da ist aber auch... Da ist so ein bisschen noch vorne nach hinten. Falls ihr ein bisschen Angst davor habt, müsst ihr nicht. Das macht nicht, wenn das so ein bisschen blutet. Guck da, Leute. Guck da, Leute. Du mach! Jetzt endgültig. Das tut weh. Oh, du hast jetzt da reingesagt, oder? Mach weiter. Kann ich nicht. Mach. Mach. Mach.